Warum haben wir das eigentlich alles so verbockt damals? Wir? Ich hab's verbockt. Ach, klar. Natürlich. Ich war so ein Idiot. Unreif und verantwortungslos. Und du hast alles alleine und genial hingekriegt. Mh. Du, ich freu mich einfach. Dass wir uns jetzt wieder so gut verstehen. Alex. Was soll denn das? Ich bin Trump. Oh. Sie sehen uns chaat。